In Kürze spielt Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Der erste Ligaspieltag der Saison der FC Bayern. Ja, moin. Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Heim für die Gladbacher. Das ist Heimspiel für alle seinen Player, der auf der Band sitzen wird. Aber nachher wird er eingesetzt. Die Gladbacher hier erst mit dem Tiki-Taka. Das erste Mal Bälle spielen, die auch besser sind. Und direkt in den ersten Minuten Gladbach. In der dritten Spielminute Hermann mit der Flanke. Keiner in der Mitte. Hazard mit der Ecke. Und da war keiner. Ja, Cordoba hat den Ball. Cordoba. Der Risse. Marco Uga. Der Risse. Die Riesenchance für die Kölner. Und Teroddy. Abseits. Die Riesenchance für den FC. Fehler von Sommer. Teroddy. Hector. Bittenkurt. Und das Kopfer-Duell gewinnt. Westergaard. Und Hazard. Hazard. Gegen zwei. Das schafft er leider nicht. Aber Raphael holt wieder den Ball zurück. Nach dem Fee-Pass. Baccaria holt den Ball. Nach dem Feepass. Bittenkurt. Fehler vom Westergaard. Cordoba. Das Einzige für die Kölner. Cordoba. Das war die Riesenchance für die Kölner. Und die nutzen sie auch. Direkt die Gladbacher. Hermann. Hermann zieht ab. Forsten und Tor. Das war Gladbachs Antwort. Starke Vorlage von Stindl. Und Hermann macht ihn. Körbricht-Hermann. 1-1. Nach zwei Minuten. Ist alles wieder offen. Und Teroddy. Keiner greift ihn so richtig an. Alles ist frei für Teroddy. Einwurf. Köln. Bonegra. Mark Höger. Risse. Ballverlust. Abgefälschter Ball. Kommt zu Cordoba. Und Sommer. Lehmann. Elvedi. Oh. Zakaria. Haza. Ah. Bakaria. Ah. Viele Fehlpässe der Gladbacher. Cordoba. Es fehlen viele genauer. Pässe und das Faustspiel von Niko Elwedi von Oskar Wendt kriegt die gelbe Karte Marcel Risse, der hat das letztlich Spiel ein Freistoßtor gemacht und Sommer hat den Ball und Hermann, der ist schnell, kein genauer Pass, Raffaello, der Ball zurück, Stindl, Terodde, Niko Elwedi und Hermann, er hat Platz, Stindl hat Platz, 2-1, sehr schlecht verteidigt der Kölner und 2-0 Mit einem klaren Gladbacher Konter 2-1 Gladbach jetzt, die Kölner am Platz, Terodde, Ginter holt sich aber den Ball, Ginter Ginter jetzt Ah, wieder der Ballverlust, Fehlpass Kodoba und das Hector Marco Höger und jetzt Elwedi gewinnt das Kopfballduell Hermann ein sehr schlechter Ball und Terodde, Abseits Sommer Elwedi und da ganz hinten da lauert Haza Torgenasa Torgenasa die Torchance Haza mit der Ecke Raffaello raus Alessand Playa rein erstes Heimspiel Heimdebüt Heimspieldebüt für Alessand Alessand Playa Cordoba und Halbzeit 2-1 für die Borussen Da kamen die Borussen zweimal zu einer Riesenchance und die beiden Chancen nutzen sie auch und Hermann der Sprinte durch Hermann Risse und Haza Torgenasa das war für's Wichen Was? Kommen Herr und der factor Oh. Nein. Winzenso Grifo. Alles am Player. So schnell ist er nicht. Schade. Schade. Und. Risse bellt. Ähm. Stedl bellt die Nerven. Das 3 zu 1. Für die Borussen aus Mönchengladbach. Stedl bellt die Nerven. Und macht das Tor. Doppelpack. Riffo. und Hofmann Ah, alles am Plöger Riffo Oh Viele Fehler der Borussen Viele Ballverluste Allerdings haben sie dafür drei Tore gemacht Riffo Lehmann Raus Und dafür kommt Corsiello rein Pläa Grifo Riffo K colossal Auf Auf Mais Fuss Eher Marcel Risse, jetzt noch mal. Cordoba raus, Osako rein. Starke Parade von Sommer. Elfmeter. Faulspiel von Jonas Hector. Und Plea darf den selber machen. Alles an. Plea! Und Plea versucht es mit dem Kopf. Kein schlechter Elfmeter. Aber trotzdem, das Tor schafft er nicht. Hector! Die Kölner noch mal. Und Sommer. Und die Kölner, sie bekommen jetzt die Chancen. Die Kölner bekommen jetzt ihre Chancen, die sie sich erarbeiten. Und die Kölner machen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020